heisige poppiker mit einem neuen video heute gibt es ein kleines ankündigungsvideo denn vor einigen wochen konnte ich bei einem podcast von jagd und hund teilnehmen die wiki und der carsten die den podcast betreiben haben die marie von moonshine gang und mich eingeladen entspannt und locker über das thema miteinander in wald und flur zu reden die perspektiven aus jägersicht reiter hundehalter und buschkraftern zu sehen wie man vielleicht es schafft eine gemeinsame zeit im wald zu verbringen ohne sich gegenseitig zu stören wo sind vielleicht die probleme wo sind vielleicht wege wie man sich annähern kann damit das ganze eben harmonischer wird mir das richtig viel spaß gemacht das war eine richtig tolle unterhaltung ich verlinke euch das ganze natürlich unten in der video box da könnt ihr bei spotify reinschauen das ganze ist dann als audio podcast verfügbar jagd und hund der podcast mit wiki und carsten in diesem podcast reden wir mit interessanten menschen zu verschiedenen themen rund um die vielfalt und faszination der jagd orido und herzlich willkommen zu einer neuen folge des podcast jagd und hund orido auch von mir heute tauchen wir in die welt des miteinander von jägern reitern und buschkraftern ein und erkunden wie verschiedene natur enthusiasten ihre aktivitäten harmonisch koordinieren können mit dabei ist heute matthias hollerbach er ist zum lagern campen oder buschkraften in den heimischen wäldern unterwegs er testet ausrüstung und ist auf seinem youtube-kanal unter dem namen sticky pop zu finden schön dass du da bist dankeschön herzlichen dank für die einladung sehr gerne und unsere zweite gästin ist euch unter dem instagram profil moonschein gang bekannt marie ist seit 2016 passionierte jägerin und lebt in einem dorf nahe kiel sie besitzt 200 darunter den englisch cocker spanier heggis mit dem sie an wettbewerben teilnimmt und auch im ausland jagdlich aktiv ist in ihrer freizeit widmet sie sich dem reiten hundetraining und kochen herzlich willkommen schön dass ihr zeit für diesen podcast habt moin vielen dank für die einladung sehr gerne dann starten wir doch mal mit unseren drei eingangs fragen wie steht ihr denn zum thema jagd matze grundsätzlich bin ich da positiv eingestellt ja gut für mich ist das natürlich große leidenschaft und teil meines lebens sehr schön und marie wenn du nicht jagdlich unterwegs bist wie nutzt du dann unsere wälder und fluche entweder auf dem hundespaziergang mit meinen beiden hunden oder eben auch beim ausritt mit meinem pferd und du matze ja grundsätzlich beim wandern beim lagern beim draußen der natur kochen und schlafen was hat euch denn dazu motiviert mit bushcraft reiten und jagd überhaupt mal zu beschäftigen und wie haben sich diese interessen im lauf der zeit entwickelt gibt es da prioritäten unter den verschiedenen aktivitäten marie also reiterin bin ich eigentlich schon immer meine patentante hatte pferde und hat mich da von klein auf ran geführt und ja im teenager alter war ich vegetarierin habe dann eine zeitlang kein fleisch mehr gegessen musste quasi für einen auslandsaufenthalt wieder fleisch essen ich war ein jahr in frankreich und es ging damals noch nicht dass man da als vegetarierin hingeht ja mit dem thema war ich aber nie so ganz zufrieden und war nie glücklich damit fleisch zu essen ohne das selber ja auch ich sag mal in voller konsequenz zu machen und habe mich dann mit dem thema jagd beschäftigt bin mit meiner cousine mitgegangen die auch jägerin ist und habe dann anschließend selber den jagdschein gemacht okay marze wie sieht es bei dir aus ja im grunde ist es eigentlich auch teenager alter entstanden ein kumpel von mir war pfadfinder und da sind wir schon als kinder immer im wald gewesen ich komme aus einer kleinen stadt direkt am waldrand hat er gewohnt und da sind wir da schon immer rein bei wind und regen bei schnee egal und haben geschnitzt haben kleine feuerchen gemacht haben da gekocht haben uns lager gebaut sind auf bäume geklettert und das ist im grunde dann ja so ein paar jahre hat es dann angehalten dann war es viele jahre weg man hat sich dann halt weiterentwickelt man ist älter geworden hat andere interessen und dann kam irgendwann das thema geocachen ist mir über den weg gelaufen da hat es mich dann wieder mehr zurück in den wald gezogen und dann spätestens als dann wann war das so 2010 2011 als dann so die ganzen fernsehsendungen mit bear grills dave canterbury und so die survival duo survivor man man was is wild als es dann so im fernseh war hat man das gesehen und hat mir geil irgendwie cool so mit wenig ausrüstung im wald sein da schlafen so ein bisschen abenteuer und dann war eigentlich initial eine übernachtung mit meinem kleinen bruder und dem kumpel und seinem kleinen bruder da haben wir mit ganz minimalistische ausrüstung erste nacht im wald verbracht haben da gekocht haben da spaß gehabt und ich wusste da eigentlich das möchte ich weitermachen aber qualitativer besser komfortabler und so ist es dann im grunde entstanden generell ist der podcast von den zwei wirklich zu empfehlen heute auf jeden fall mal rein ja und dann bedanke ich mich bei wiki und bei carsten und natürlich bei marie für das tolle gespräch über dieses wirklich spannende thema ja und euch sage ich auch vielen dank fürs reinschauen und dann würde ich sagen sehen wir uns in einem der nächsten videos bis dann ciao